Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Super Meat Boy 100% Und ich bin gerade bei der Salzfabrik Kapitel 3 und mache die restlichen Abflusszeiten oder E-Plus-Zeiten Wie die englischen Typen sagen würden, die uns sich das anschauen, ja Ähm, so wie diese Sub4Sub-Mitglieder, ähm, gut, Meat Boy, ja, sicher Achso, ja, E-Plus-Zeiten müssen wir mal machen, warum gehe ich noch so langsam Ja, das war schon mal ein sehr guter, ähm, das war schon mal ein sehr guter Anfang So, jetzt war So, ja, das ging doch einfach im nächsten Level, glaube ich, auf die Hörner Die Belastzeit zum Schlagen noch Das Bandage unten, das kommt in den nächsten Part Hm, okay, ein bisschen schneller Jetzt bauen wir viel Okay, ein bisschen, so Noch mal, noch mal So, jetzt aber Ja, hat gereicht So wie ich mir das gedacht habe Und jetzt ist es mit dem Waffband Äh, brauche ich da überhaupt noch E-Plus? Keine Ahnung, wenn ich dann Okay, dann Warum ist das einmal Englisch? Ich verstehe es irgendwie gerade nicht, aber okay So, normalerweise ist das immer Deutsch Egal, ein, drei und vier, ja Also, noch mal Meat Boy So, da kann ich Muss ich darunter Da kann ich da drauf springen Dann kann ich gleich da rüber So, jetzt kann ich da rein Und gleich daher Zumindest sehe ich es ausgehen Ja Und nächster Level auch noch Weil es so schön war Oh ja, der da Den liebe ich ja so sehr Also eine Bandage, das freue ich mich schon, geht es aber wohl Das war nur Ein Scherz Ich freue mich natürlich nicht So Ja, irgendeiner möchte das Doppelsprungern kann Den wird das wohl gehen Mal schauen, ob ich schon einen Hab, wenn nicht Dann Ja Warte ich halt bis innen freispiel So Oh yeah, also Der Platz habe ich mal überall Also von den ersten da Vier Welten meine ich Leveln, halt So Nummer 7 brauche ich auch noch Und Tja, ein und das Ich bin das schon einmal Okay, da gibt es eine Warp Zone Das weiß ich, die ist da unten Genau So Müsste nicht reichen Okay Dann nehm nochmal Das Ganze Hui Das geht sich nicht aus Doch Ja Wollten wir mal schnell zeigen, wie es nicht geht Hm Okay, vielleicht wenn ich ein Mittel da noch komme Das ist so nicht rauskippt, dann geht es nicht Oh doch Sehr gut Das sind ja Nirgend so eine Abkürzung Das hat zwei Levels noch Und dann haben wir das auch schon Box Tripper Wieder mit Meat Boy Der ist fast Und das muss man jetzt auch sein Wenn da Segen hinter mir nachkommen Ja Das dachte ich mir schon Das sich das nicht auskippt Hm Da Das sieht schon besser aus Ja Noch knapp aber doch Will ich mal sagen 90 Sekunden Ja Okay Gute Und guter Abstand noch So Und noch 17 Und dann Wurde es auch geschafft Wusstig Mit Meat Boy Oh yeah Oh nein Das ist die Level Klasse Raketen Jetzt komme ich sowieso nicht mehr rauf Also sehr gut Dazu geschah Wenn es Ja ja Ich mach einfach auch nicht Komm her Verdammt Oh Mist Na dann eben nicht Ich will nicht den nächsten Level machen Lass mich hier raus Exit Nicht von mir Jetzt schau Wenn ich das im nächsten Part Wieder Deutsch hinkrieg Wo sicherlich hier nicht viel ändert Ups Uah Okay Dann warst du sie schon Jo Kapitel 3 Auf Der Lichtwelt Alles A plus Kraft Dann gibt es da nur noch die Bandages und Warp Zones zu holen Ja Die Dunkelwelt habe ich noch nicht mal gemacht Glaube ich Das kommt aber auch in dem eigenen Part Also dann Bis Zum nächsten Mal Euer Mark